Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. Umso mehr haben wir Grund zur gewissenhaften Selbstbesinnung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinigten sich zu einem Staat. Die Einheit wurde in Berlin und anderen Städten mit bewegenden Zeremonien und fröhlichen Volksfesten gefeiert. In die Freude mischte sich aber auch Nachdenklichkeit. Aus dem Ausland kamen Glückwünsche von zahlreichen Staats- und Regierungschefs. In den ausländischen Zeitungen war neben Zustimmung zur Deutschen Einheit auch Skepsis spürbar über die künftige Rolle Deutschlands in Europa und der Welt. In einem Staatsakt am Tag der Einheit hat Bundespräsident von Weizsäcker alle Deutschen zur Solidarität aufgerufen. Sich zu vereinen, heiße Teilen zu lernen. Bei der Zeremonie in der Berliner Philharmonie würdigte Weizsäcker noch einmal den Mut der Menschen, die vor einem Jahr für ihre Freiheit auf die Straße gegangen waren und so die friedliche Revolution eingeleitet hatten. Er erinnerte, wie die anderen Redner daran, dass die Einheit ohne den Beitrag der Polen und Ungarn und ohne die Unterstützung aus der Sowjetunion nicht möglich gewesen wäre. Weizsäcker fügt hinzu, mit dem heutigen Tage findet die Vereinte Deutsche Nation ihren anerkannten Platz in Europa. Zum ersten Mal bilden wir Deutschen keinen Streitpunkt auf der europäischen Tagesordnung. Unsere Einheit wurde niemandem aufgezwungen, sondern friedlich vereinbart. Sie ist Teil eines gesamteuropäischen geschichtlichen Prozesses, der die Freiheit der Völker und eine neue Friedensordnung unseres Kontinents zum Ziel hat. Diesem Ziel wollen wir Deutschen dienen. Ihm ist unsere Einheit gewidmet. Ich bin gewiss, dass es uns gelingt. Wir können den gewachsenen Verfassungspatriotismus der einen mit der erlebten menschlichen Solidarität der anderen Seite zu einem kräftigen Ganzen zusammenfügen. Wir haben den gemeinsamen Willen, die großen Aufgaben zu erfüllen, die unsere Nachbarn von uns erwarten. Wir wissen, wie viel schwerer es andere Völker auf der Erde zurzeit haben. Die Geschichte gibt uns die Chance, wir wollen sie wahrnehmen mit Zuversicht und mit Vertrauen. Und die Freude, wir haben es gestern Abend gehört, die Freude, die wir empfinden, sie ist ein Götterfunke. Starker Beifall für den ersten Präsidenten des Vereinigten Deutschlands. Vor ihm hatten Berlins Regierender Bürgermeister Momper, Bundestagspräsidentin Süßmuth und die erste frei gewählte Präsidentin der Volkskammer, Bergmann Pohl, gesprochen. Dieser Tag bedeutet Abschied und Aufbruch. Abschied von einer belasteten und belastenden Vergangenheit. Aufbruch zu einem Deutschland, das mit sich selbst versöhnt ist und das mit seinen Nachbarn die Versöhnung sucht. Es ist der glücklichste Tag der Deutschen. Wir müssen uns jetzt von den Begriffen mein und dein, wir und ihr lösen. Das Teilen ist die eine Seite. Gewiss muss, wer Gemeinschaft bilden will, auch teilen können. Doch ist es jetzt ebenso wichtig, durch gemeinsame Arbeit Gemeinschaft zu stiften. Wenn wir jetzt nicht die Solidaritätsprüfung im Innern, im Eigenen, ja im Kleinen bestehen, wer sollte uns dann abnehmen, dass wir zur Solidarität in ganz Europa und im Nord-Süd-Konflikt bereit und fähig sind? Ohne Politiker, die die Zeichen der Zeit erkannten, wäre der Wandel nicht so schnell eingetreten. Ich nenne allen voran den sowjetischen Staatspräsidenten Michael Gorbatschow. Michael Gorbatschow hat den Weg für Reformen in Osteuropa freigegeben. Und ich nenne die Repräsentanten der westlichen Demokratien, die den Weg zu Abrüstung und Sicherheitspartnerschaft mitformuliert haben. Unterschiedlich heftig wurde die deutsche Einheit in den verschiedenen Regionen gefeiert. Im Westen und Südwesten gab es vereinzelte Kundgebungen. Deutlich lebhafter wurde die neue Ära in den neuen Bundesländern begrüßt. In Schwerin und Leipzig waren ebenso wie in Bonn und Hamburg Zehntausende in der vergangenen Nacht auf den Beinen. Am größten war der Trubel in Berlin, wo Hunderttausende auch heute tagsüber die Einheit feierten. Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Berliner Marienkirche hatten die Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit heute begonnen. Unter den Teilnehmern waren auch viele Politiker aus Bonn und der nun nicht mehr existierenden DDR. Alle Orten fröhlich, aber längst nicht so überschwänglich wie am 9. November. So lässt sich die Stimmung in Berlin am ersten Tag der Einheit wohl am ehesten beschreiben. Wie schon in der Nacht zogen heute wieder Hunderttausende oft mit Kind und Kegel über den historischen Prachtboulevard im alten Herzen der Stadt. Schwarz-rot-goldene Fahnen waren nur noch spärlich zu sehen. Man genoss das Bilderbuchwetter und die Musik auf den über 20 Bühnen zwischen Alex und Brandenburger Tor. Ein Evergreen hatte heute Hochkonjunktur. Gefeiert wurde auch auf der Spree gleich hinter der Volkskammer. Und dies sind vielleicht die symbolischsten Bilder dieses Tages. Das Marx-Engels-Denkmal als Kinderspielplatz oder als Staffage für Abschiedsfotos von der DDR-Vergangenheit. Und dann die unschöneren Bilder dieses Tages. Am frühen Abend zogen einige tausend Jugendliche vom Stadtteil Kreuzberg zum Alexanderplatz. Autonome Gruppen hatten zu der Demonstration aufgerufen. Motto Deutschland, Hals, Maul, es reicht. Der Zug war zunächst friedlich verlaufen. Im Ostteil der Stadt kam es dann zu Krawallen. Vermummte Randalierer warfen mit Steinen und Flaschen. Autos wurden zerstört und in Brand gesetzt. Die Randale dauert zur Stunde noch an. Das Ende der DDR und den Beginn der staatlichen Einheit Deutschlands, 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, verfolgte in der vergangenen Nacht in Berlin Klaus Richter. Die deutsche Einheit ist um Mitternacht vollzogen. Junge Sportler aus den beiden ehemaligen Teilen Berlins ziehen vor dem Reichstag die Bundesfahne auf. Die Freiheitsglocke läutet eine neue Epoche deutscher Geschichte ein. Die Glocke trägt die Inschrift, möge die Welt mit Gottes Hilfe eine Wiedergeburt der Freiheit erleben. Ein Traum sei Wirklichkeit geworden, sagt der Bundeskanzler nun aller Deutschen. Hunderttausende feiern allein in Berlin Deutschland einig Vaterland. Noch lange nach Mitternacht ziehen sie über die Prachtstraße unter den Linden, aber die Menschen verfallen in keinen nationalen Überschwang oder gar Rausch. Die Nacht der Nächte feiert die verstorbene DDR durchweg in nur gedämpft freudiger Erregung. In Erleichterung und Jubel mischen sich Nachdenken und Sorgen über die wirtschaftliche Zukunft. Die befürchteten Zusammenstöße zwischen linken und rechten Gruppierungen bleiben aus, nur in Einzelfällen muss die Polizei eingreifen. Ein ähnliches Bild etwa in Leipzig, der Heldenstadt der Herbstrevolution. Zehntausende versammeln sich dort, wo sich vor einem Jahr das Ende des SED-Staats abzeichnete. Der DDR weint keiner eine Träne nach, aber deren Erbe wird sie noch lange beschäftigen. Eine Nacht des Abschieds und des Aufbruchs für 16 Millionen Deutsche und Europäer. In Leipzig und anderswo schlug das nationale Herz, aber es überschlug sich nicht. Bundeskanzler Kohl hat allen Staaten der Welt die friedliche Partnerschaft des Vereinten Deutschland zugesichert. In einer Botschaft an die Staats- und Regierungschefs bekräftigt Kohl, dass Deutschland nie wieder Gebietsansprüche erheben werde. Es erkenne den endgültigen Charakter seiner Grenzen an und verpflichte sich zum Gewaltverzicht. Die Deutschen wüssten, dass sie mit der Vereinigung auch größere Verantwortung in der Völkergemeinschaft übernehmen. Nach Kohls Worten ist Deutschland bereit, sich künftig auch mit Soldaten an Friedenstruppen der Vereinten Nationen zu beteiligen. Die deutsche Einigung ist in zahlreichen Grußbotschaften aus dem Ausland durchweg als historisches Ereignis gewürdigt worden. In dem Chor der Gratulanten waren vereinzelt auch Stimmen des Unbehagens zu hören. Aus den Hauptstädten der ehemaligen Siegermächte und aus Israel berichten unsere Korrespondenten. Freundliche Glückwünsche verbunden mit der Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit. So lassen sich in Moskau die Kommentare aus Medien und Politik zusammenfassen. Die Agentur TASS schreibt, die Deutschen bekamen einen Vertrauensvorschuss und sie fügt hinzu, hoffentlich verdienen sie ihn auch. So freundlich die Sowjetbürger gratulieren, so sehr drücken sie doch ganz andere Sorgen. Nach katastrophalen Ernten befürchten sie, nicht gut über den Winter zu kommen und die Pravda schreibt gar von einem Hungerwinter. Bei solchen Problemen verbinden sich mit den Gratulationen die Hoffnungen auf eine massive wirtschaftliche Hilfe aus der reichen Bundesrepublik. Das Weiße Haus feierte heute im Rosengarten den Deutsch-Amerikanischen Tag und die Deutsche Einheit. Präsident Bush, der von schwierigen Haushaltsberatungen herübergeeilt war, erzählte, dass er mit Helmut Kohl telefoniert und ihm in bewegten Worten gratuliert habe. Die Bilder vom Badenburger Tor hätten ihn emotional stark angerührt. Die amerikanischen Medien sprechen, wie könnte es anders sein, von einer historischen Nacht, von einer historischen Feier. Und die Washington Post bringt die Stimmung des Landes auf den Punkt. Die Deutschen haben sich in all den Jahren die Einheit wirklich verdient. Dass die Regierungschefin dieses Landes die deutsche Entwicklung immer skeptisch betrachtet hat und erst vor zwei Tagen noch einmal vor der Gefahr einer deutschen Vorherrschaft in Europa warnte, wird von nachdenklichen Briten allerdings nicht als ganz unbegründet angesehen. Man hat vor allem Angst, dass Deutschland von nun an zu sehr mit sich selbst beschäftigt sein wird. Ein Indiz dafür, Margaret Setschers Anliegen, Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei enger und schneller an die IG zu binden, sei von Bonn bislang kaum unterstützt worden. Heute am Tag der Deutschen Einheit werden in Frankreich lebende Deutsche mit Blumen und Glückwünschen überschüttet. Der einzelne Franzose freut sich für seinen deutschen Freund über das wiedergefundene Deutschland. Die Tageszeitungen haben Sonderbeilagen über ihren, nun großen Nachbarn gedruckt und da ist der Ton schon etwas kritischer. Besorgnis ist herauszulesen, wie dieser große Moloch sich in Zukunft nun verhalten wird. Und ähnlich denkt die politische Klasse. Bisher seien die französischen Politiker Deutschland in die Nachkriegsordnung eingezwängt, sind sich aber nicht sicher, ob der neue politische Riese auch sanft in der Weltpolitik auftreten kann. In israelischen Medien war die deutsche Einigung heute das Hauptthema neben der Ausgabe von Gasmasken. Die Berichte und Kommentare drücken gemischte Gefühle aus. Einerseits die Einsicht, dass die deutsche Einigung unvermeidbar, natürlich, ja sogar wünschenswert ist, weil sie das Unrechtsregime der DDR beendet. Andererseits erweckt ein größeres Deutschland Erinnerungen an den Holocaust. Parlamentspräsident Schilanski, ein Auschwitz-Überlebender, sagte, das jüdische Volk müsste heute aus Trauer in Sack und Asche gehen. Das Dresdner Traditionsunternehmen für Kameras Pentakon wird stillgelegt. Wie am Abend auf der Kölner Fotokina bekannt gegeben wurde, hat die Treuhandgesellschaft die Firma veranlasst, die Einstellung der Produktion einzuleiten und die Stilllegung für die 5000 Arbeitnehmer sozial verträglich vorzunehmen. Für Pentakon bestehe angesichts der Konkurrenz aus Ostasien keine Wettbewerbschance mehr. Der letzte Spionage-Chef der DDR, Werner Grossmann, ist am Nachmittag in seiner Berliner Wohnung festgenommen worden. Er war Nachfolger des ebenfalls mit Haftbefehl gesuchten Markus Wolf. Dieser hat sich offensichtlich abgesetzt, ebenso wie der vor fünf Jahren in die DDR übergelaufene Agentenjäger Tietke. Grossmann soll morgen in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. Umso mehr haben wir Grund zur gewissenhaften Selbstbesinnung.